So, moin und willkommen zurück zu Life is Strange 2, Episode 5, Wölfe. Ähm, ja, das Spiel schließt damit ab. Bisher kam es noch nicht unter einer Laborsituation. Kann auch sein, dass ich das völlig falsch eingeschätzt habe, aber wow. Diese fanatischen Religionsleute haben mich echt genervt. Sehen wir mal, wie es weitergeht. Episode 5, Wölfe. Wir haben jetzt die Grenze gesehen. Die wollen jetzt über die Grenze gehen nach Mexiko. Kann ich mir vorstellen, dass es klappt. Kann aber auch nichts werden. Sehen wir dann. Natürlich wünsche ich, dass ein Messer wäre etwas besser. Was? Once upon a time, in a wild, wild world, there were two Wolf Brothers living in their home lair with their Papa Wolf. Sie leben in P's, bis sie die Hunde ausgewählt. Die Wolf-Brothers wanderten für Tage und Nights, lernen, wie zu leben, für die erste Mal. Das ist, als die Groß-Brother herauskennen, dass der kleine Wolf nicht nur ein Wolf, sondern ein Super-Wolf. Sie haben entschieden, zu nach, nach der distant Land der ihren Anzisern. Aber die Reise war lang und gefährlich. Ja. Die Wolf-Brothers haben auf der Weg neue Freunde gemacht. Sie lernen mehr über die Welt. Aber die Gefahr hat sie immer folgt. Nach einem schlechten Ausfall. Sie waren separat. Der große Bruder hat getötet, und die Hütter haben ihn endlich getötet. Sie legten ihn in eine Kage. Aber wenn er endlich ausgelöst hat, wollte er für seinen kleinen Bruder suchen. Ja. Soweit ist alles gut. Die Hitze bringt einen völlig unten. Das muss ich kurz mitkriegen. Wenn sie das nicht verlassen hat, in der Zeit nicht gewinnen, die ihre Mutter herauskennen. Nach einer ganzen Zeit hat sie. Sie sagte, dass sie sie zu helfen. Sie kamen, um ihn zu helfen. Sie betrachten den Koyote-Lider. Aber sie würde nicht rutschen den kleinen Wolf. Er war ihre ehren. Sie mussten sie rausziehen. Sie müssen ihn weg. Um sie zu schnaussen. Die Wolf-Brothers, jetzt reuniert, folgten ihre roguen Mutter weit in das Dessert zu ihrer Hüte. Hoffentlich läuft's nicht allzu dramatisch ab. Und wie geht's selber? Alles gut. Ah, schön schön. Omi mag auch die Hitze nicht. Gut zu wissen. Ich finde, der Rebett Geburtstag. Oh! Wait. Hey, was das mal was? Oder? Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Egal. Befolgt, befolgt. Ich frage dann lieber nicht. Das geht mich erst mal nichts an. Hat er auch den richtigen genannt? Hey, warte auf, Sean! Dude, komm mal! Was? Welche Zeit ist es? Komm! Es ist so schön! Schau es! Tatsache. Wow! Geile Gegend! So? Ja, okay. Good call. Wow. Das ist unglaublich. Ich weiß. Es steht auf der Zylinder. Jesus Christ, dieser grüßes Begriff. Ja. Es ist einfach. Es ist okay, Nenem. Ich... Ich versuche. Ja. Okay. So. Ich liebe dich. No matter what happens. Du hörst mich? Ja. Ja. Ich liebe dich auch. Awww. 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 Pfff. Awww. Awww. Süß. Awww. Ja, der Rommel steht echt auf Hemden, da ist letztens bei, was weiß ich wieviel Grad, 35 oder so noch im Hemd da gestattet, mit langärmlichen Hemd Da gesessen. Ich denke mir, was der Herr ist? Was geht eigentlich mit dem Kerl? Liegt vielleicht an der Akne, aber trotzdem. Schade. So, hast du noch diese schlechte Träume gehabt? Du weißt, über Lisbeth? Ja, manchmal fühle ich mich, dass sie umgekehrt ist und nach mir kommt. Gott, das ist gröselig. Hoffentlich. Einem Greenscreen. Wir sind alle gut. Ich hoffe so. Sean, sind wir kriminelle jetzt? Weshalb? Let's say, so oder. So oder? We did a lot of illegal shit. If the cops catch us, we'll be judged for what we did. That's for sure. I won't let them get us. Well, we're almost at the border. Finally. I like it here, but... we'll have to leave soon. I know. I'm sorry, and I know. Sean... I know, it's been a long time. Can you tell me the rest of the Wolf story? I can tell you, it's been forever since we left off. Where? Two, three, four, five. Hmm. Let's see. Yeah. Okay. So, thanks to their mama Wolf, the Wolf Brothers barely escaped from the Coyote-Cult. She led them to her secret lair, deep in the red desert. The Wolf Brothers rested for a while. But at some point... They'd have to continue... They were closer than ever to their father's land. But between them and their destination... Lied. A mighty fire unicorn. Haha. But she's nice. So they become friends. It's... It's... Uh... Um... Excuse me. Who's telling the story? You are. But... It's my story too. Right? The cat's are sweet. Yeah, the cat's are sweet. Yeah, the cat's are sweet. Yeah, that's true. Okay, then. So what happens next? Uh... They... They arrive in Mexico. But the country is rampaged by goblins. Uh... The wolves and the unicorn manage to slay them. And become heroes. The police forgives them. And all their friends come to Mexico to celebrate. Oh... Yeah. Sounds pretty good, and I know. Pretty good. Let's pack this shit up and head back to town. All righty then. Gotta clean up our stuff before we leave. Aber vorher muss ich was zeichnen. This place is too pretty. Da. Draw that shit. Ähm, ja. Ooh... Sketching time. Good idea. Würde gern noch mehr zocken, aber ich glaub ich bin einfach zu kaputt und die Hitze... Glad you can still drop. Es ist so nervig. Ich würd gern wirklich ordentlich zocken, aber... Ich mach mir halt Sorgen um all meine Technik, die da dabei drauf geht. I can see it in my mind. I can still sketch anything. Hm. Die halten wahrscheinlich noch mehr aus, aber ich... Das ist so cool. Ich will nicht, dass du zu drehen. Ever. Versuch mal mit einem Auge Tiefenwahrnehmend zu zeichnen. Das ist richtig schwierig. Das ist so cool. Das ist so cool. Hey. Nein. Er sieht mehr als ein Supervillain. Ah, Junge, du verstehst immer alles falsch. Das ist so cool. 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 Oh. Gute Frage, nächste Frage. Ja. Das ist so cool. 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 Cool. Das ist so 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 cool. Ich freue mich auch gut, dass wir heute Abend in meinem Bett treten. Ach. Ok. Das ist so cool. Wenn du da bist, Jetzt in den Blatt guckt. Das ist so cool. They're not. Dankeschön. Aber mir geht's nicht wirklich was Interessantes. Ey, war bei Skorpion in der Hand. Das ist keine gute Idee, Daniel. Danke, Katze, für das Posten. Ich hab keine Ahnung, wie man das macht als Trino. Thanks. Cool. Auf geht's, wir haben dem kleinen Daniel beigebracht, dass man nicht mit Skorpionen spielt. Hey, we saw the Milky Way, dude. How cool is that? Yeah, that's true. And Mars. That was so cool Arthur and Stanley let us use the telescope. Hey, see this? Looks like the ones you did back in that cabin. When you got sick. Oh, totally. Wait. Does that mean other people were here? Of course. Maybe someone from away did it. I bet it was Joanne. Uh, where were we? Yeah. These guys are real cool. Amazing that anything can grow out here. Does it ever rain in the desert? Well. Oh. Shubsen, shubsen. Oh, schade. Good question. Mmh. Hm. Joanne will let me help her with her sculpture, when we get back? Hell yeah. You're like the magic assistant. Hm. Now, what the hell is that? Hell yeah. Daniel, hol mir dieses glitzernde Objekt. Daniel? I see something behind this rock. Can you bring it over? Oh, gotcha. I see. Here it comes. Oh, what the hell is that? Oh, look at that. So cool. Yep. We're taking this treasure. Irgendein glitzernder Stein. Arnophonium. Anyway. What I was saying is, it's nice to be able to use my power out here. Not hide it. Yeah, Karen was right. They're all cool with it. Alright. Mom doesn't say much about my power. Why do you think? She's... You know, I could have done it by myself. Yeah. Let me be the cool, helpful, big brother once in a while. Look. Look. Looks like a job for our local super... Psychic boy. Yeah. So, mach die Felsen weg. Kannst das, Junge. Ich glaub an dich. So? Maybe you can help us get out of here? Hmm. I'll try it. Step back. Be... Super careful. Ich sag's ja, riesige Felsen wegspringen, aber nicht selber da runterspringen können. There you go. Angeblich. I hope it's okay. Nice, man. Boom, baby! Mal sehen, ob die Wölfe es schaffen. Also noch ist es möglich, dass Daniel in irgendein Versuchslabor landet, aber könnte ja auch sein, dass es anders endet. Ich weiß gar nicht, wie viele Enden hier vorbereitet sind. Im letzten Life is Strange, also Life is Strange 1, waren es ja zwei Enden. Vermutlich nur. Äh, ja, besser, besser, du kennst das ja schon. Äh, ja, sorry. Ich wollte keine Spoiler provozieren. Alright. Episode 5. Wölfe. Der Junge, der immer Wolf schrie. Ah, Wolf! Ja, das ist, das ist sehr gut, dass du sowas nicht machst. Ich hab'n Kumpel, der macht das ständig. Und das auch nur, wenn du das Thema anschneidest. Deswegen, immer etwas zu Ende gucken, bevor man mit ihm überhaupt über etwas redet. Hey, ich werde mal sehen, was du endest. Möglichst etwas nicht ansprechen, was man gerade... Geh' vor, ich muss das Teleskop zurückbringen, um Stanley und Arthur zu Stanley. Er hat sich gebessert, das muss man auch sagen. Aber... Es ist immer noch schlimm. Went to town for weekly supplies. Some pancakes left in the kitchen. Heh. Back soon. Ah. Daniel, you copy? Yes, I read you. 10-4. I have a pancake alert in the kitchen. Repeat. Pancake alert. Oh, man. Sorry. I was gonna eat with Joanne. Overhead. 10-4. No flying pancakes today. Er hat die Legende von Korra nicht geguckt? Was stimmt nicht mit dem? Das wusste ich gar nicht. What the fuck? Wieso hat er das noch nicht geguckt? Entschuldigung, Waterboy. Hörn? Ah. 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 Komm, also Avatar. Die erste Serie ist genial gewesen. Die zweite Serie musste einfach... Is auch genial, aber auf eine andere Art. Rot Gift, Rot Gift Water Filter Toff ist so geil dargestellt in Korra Oder generell Oh seht dort Alle gucken hin Das würde ich jetzt sagen Wenn ich was sehen könnte Ich liebe die Szene David's Trailer Who the fuck is David? But he's tough to figure out Hä? Woher kennt ihr jetzt schon wieder die Leute? Wie lange seid ihr denn schon hier? Hey Daniel hat das gemalt Captain Spirit Hey Your Captain Spirit drawing Was awesome Thanks Wish I could show it to Chris Do you think he can visit us down in Puerto Lobos? Bestimmt irgendwann mal Let's make it happen Yeah Morning Sean Yeah das ist das schwule Ehepaar Hey Hey what's up? The sunrise Daniel loved it too Daniel loved it too That's my favorite view out here It's like ancient times But it never gets old Unlike us darling Daniel will be here long after we're gone Hope you looked up We did Thanks for hooking us up Anytime Even my daughter Becky loves to stargaze when she visits us That's the only way to get Arthur to camp now Becky is the real astronomer in the family Wonder where she got this From her mom probably Hope you guys get to meet Becky Ja wir hauen eh bald wieder ab We're on the board for Lobos Seven Deadly Sins Ich muss sagen der Anime hat mich nicht wirklich gereizt Ich hab's mal geguckt Bis zu ner gewissen Season aber So Ist für mich ähnlich wie Fairytale Nur das Fairytale deutlich ferns aber es weiter ist Ich miss die Parks, Café, Shopping Aber dieses Ort ist etwas anderes Und wir fühlen sich sicher hier Wenn du mich als ein Familienmann ein paar Jahre vorhin gesehen hast Ich hatte alles, aber nichts Jetzt habe ich nichts, aber alles Tschüss Ich würde dir die kürzeren Anime empfehlen Die wirklich eine Story haben Weil sie sind Oft ist sie so diese langlebigen Ach da fehlt irgendwie Manchmal der Ziel Zumindest bei Fairytale Das habe ich schon gesehen, das ist geil Aber ich bin 25 Aha Aha Ich will das auf der nächsten Hüte Ich werde sehen, was Daniel ist Oh Danke für das Dessert, Brew Was gibt's zu empfehlen The Promised Neverland Oder Jagsoku Neverland Neverland In einer weirten Hippie-Version Als du das noch nicht gesehen hast Twists Dann Wie heißt es noch Mori No Kamisama Somalito Mori No Kamisama Das ist auch eins Du bist ein bisschen zu jung, um mich zu kürzen Keine Normal Hey, da ist Danny Der macht Oh, ich dachte schon, der macht sie geil Ich dachte, der steht da Hey Check this out Okay, Daniel Let's take a little break Got it That child is Something special Yeah I hear this one a lot Yeah, I bet But you have your own talent, Sean I'm dead serious Talent? Thanks But I still have a lot to learn Of course you do Only dumbasses think they know everything It's okay to not know stuff Don't worry so much about the outcome An artist Has to take a leap of faith About every other week So why are you all the way out here now? Easy Gut I started selling my work For good money And as soon as I did Wenn der sich hinlegt Ist er wahrscheinlich trotzdem Die ganze Zeit am Handy Oder man kann wirklich Bei der Hitze Aber in the end It's pretty fucking cool Speaking of Do you mind giving me a hand here? Oh Uh I don't know if I can Yes you can I just need your input Okay Okay Er schreibt nicht zurück Also es versucht er zu pennen Ist ähm Nicht unbedingt Also es muss nicht unbedingt sein Dass er deswegen nicht zurückschreift Aber das wäre eine Paranoia Ich habe keine Ahnung was ich soll Machen sie Metal Head Metal Belly Wir machen es mal richtig rum Und dann sind wir Ähm Head Arm Belly Wo sind die Beine? Hm Vom Bauch? Ja da habe ich auch zu viel von Ready Sean? Paranoia? Ja die habe ich auch zu viel Ja ich habe keine Ahnung Warum der Bauch zuerst kommt Aber hey Bauch Okay Daniel Can you Slam dunk the Earthball Onto the base? Ach die Beine sind ja schon Ach so ja gut Oh You should totally do like the model But with The spider on top Now Let's throw on that spider Check it out Okay Okay Da ist wirklich nicht viel Falsches machen Hm Now Let's move Mr. Pancakes head On to the pedestal See Ah So ich muss die Dinger noch drehen Sagt er was Macht es einen Unterschied? Irgendwie nicht Hey Can you Turn that Earthball Around A little bit Totally Puzzle Haha Interessantes Puzzle Okay Okay Just like Half a turn You got it Nee How about Working your magic On the ball again Sweet Okay Das ist eins der nervigeren Puzzles muss ich sagen Irgendwas mache ich falsch This one A big spin There he goes Wie kann man den Ball überhaupt Falsch machen Das ist doch ein Ball Nochmal angucken hier Der Arm ist da oben Das kommt mir entgegen Das sieht eigentlich ganz gut aus So weit Okay How about Turning that pancake head Watch this Spin that pancake Spin You got it In welche Richtung soll ich denn überhaupt aufstehen Meine Seine Jesus Christ Achso Ist egal wie ich es mache Na dann Komm noch mal Now Turn that small one Check it out Rotation required Captain Totally Warum sehe ich so böse aus Auf diesem Sketchbook Totally Ja ich Ich war der Künstler Oh Das ist schon wieder Minecraft Wieso reden alle heute den ganzen Tag über Minecraft Minecraft Ja natürlich ist es ein Videospiel Wenn du davon noch nichts mitgekriegt hast Dann weiß ich auch nicht du kleine Das ist Minecraft Jesus Christ Oh ja Okay Pretty awkward lady Pretty awkward But that's okay Super Daniel steht gleich noch drüben Und ich ruf ihn an Remember when you totally fell asleep During that Bollywood flick Because it was so lame After those cool cartoons Whatever You miss Prya and Stanley teaching me how to dance No I didn't You can't dance dude Hmm Alright Was ist gerade meine Aufgabe Wait for Karen to come back Achso Jetzt check ich erst Da ist normalerweise Karen Okay Und die sind jetzt schon so eine Weile hier In diesem Canyon Und fühlen sich hier Geboren Okay Irgendwas If I can find you in a forest I can find anything Yes Thanks Sean Listen carefully You must find the two items that will reveal where the treasure is Deal So for the first item is near the place with many winds that cannot fly Hmm Der Ort wo die Dinge sind Alles klar Katze viel Spaß dir Avatar kann man sich immer gönnen muss ich ehrlich sein Pinguine Pinguine Ich liebe den Kleiden So eine geile Seele Ahoy matey I found a map of a way Yeah Don't lose it because you'll need it to match up with the other part Got it Now Arrr For the second item You'll need to find something that eats the sun Aha Sure Sure Annozula 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 Hmm You're in the middle zone Warm Warm Getting warm Not too far You're warming up If you go too far You lose your walkie talkie signal Getting warm To the first Something that eats the sun So far Off Hmm hmmm einfach schraub es! Sie sind hier! Ich habe es gefunden! Nice! And it's a tracing paper sheet with a red cross. Ahoy matey! I think I have the whole treasure map! Aye Captain! Now you just gotta dig your way to the treasure! Hope you know where to go! That's a cool ass map you drew dude! Thanks! Chris told me everything about treasure hunting! Looks like something's buried here! Yes! I think I have found the hidden treasure! Yeah! I knew you could do it! I found this under an old trailer! Looks like gold, right? I'm not a prospector but it looks like the real deal! Store! You know what time it is! Victory! Dance time! Come on! Yeah! Yeah! You asked for it! The age of reason! Oh! I... The age of reason! Yeah! I didn't know... Can I get to the... It's all... The age of reason... the age of reason... I mean... It's all... The age of reason... Is this... The age of reason... Okay, irgendein Auto sollte jetzt zurückkommen. Ah. Irgendwie gar kein Auto. Ah, da ist es. Sehr schön. Mal sehen, ob man sich überfahren lassen kann. Na, 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 na. Bleib schön. Oh. Da hat man einmal eine Entscheidung und die kann man nicht treffen. Hätte mich auch gewundert. Oh. Oh. Gotta empty that truck. No matter what happened before. Karen did hook us up here. Hey. Glad to see you survived the night in the desert. Hey, what's up? Hey. Good morning. Howdy, Sean. How was the town trip? Hate these trips. People look at us as if we're aliens. Here come the sand people. The deserters have returned with offerings from Das Kapital. I missed you. Next time you're coming with us. Ha. We'll see. Ja, mal sehen. What's your secret? Defying death on a daily basis. And hydrating. Oh, right. Can't forget your goodies. Hey. Also hat sie doch Krebs. Ah, you're the man, Karen. Catch you later. Take care. Hey. So, how did you guys like your night in the canyon? Oh, it was so cool. It was amazing. So many stars. So quiet. Good call, Karen. I knew you'd like it. Stargazer. Glad you got to see that. Hi, Mom. How was the town? Town life always sucks. But we got something for you. Think fast. Whoa. Yes. Thanks, David. You want to play catch, Danny boy? Totally. Me and Dad always used to play. But I'm way better now. No matter what he's been through, he just wants to be a kid. And play. Yep. Daniel hasn't been like this in forever. You've all been a good influence on him. About time you boys went camping. Hope Daniel didn't get scared by all the critters. Yeah. Not anymore. He's seen a lot worse. And that made him tougher. And he can defend himself. You're right. And he does like to show off. Maybe too much. Mm-hmm. You boys have been here over a month. And I still can't get over Daniel's... skills. Me neither. But I never figured it out. So I don't try anymore. Well, take it from an old soldier. But you trained him well. He's a good kid. Thanks. I tried my best. I guess it's reassuring. But what do I know? Never met someone with a superpower before. I try to be a good influence. Not always easy. But he listens to me. I don't know if I did right. Guess you never really know. Listen. Raising a kid is the toughest job in the world. Trust me. Come on, we'll be here. Oh. You didn't tell me you were married. Used to be. She died. A few years ago. I'm sorry. Yeah. That's life. But at least I got an angry stepdaughter in the deal. We were like... Oil and water. And she was always starting shit. Guess that's hard for a kid. To get a new father. Especially one like me. I just had no clue how to deal with her. Wish I did. But... We eventually... Made our peace. Anyway... You can't go back. Nope. Thanks for talking, David. Better start my delivery now. Found some weird snacks in town. Arthur's gonna freak. Catch you later, Sean. Okay. Time out. Oh my god. I'm gonna melt. That was awesome, Mom. Now I know why they don't play baseball in the desert. You throw way better than Sean. Hey. We're not done out here yet. Let's get this food inside before it melts. No problem. She's so cool. You think? Joanne is so cool. They don't play anymore, Daniel. So cool. The heat is so cool. You're way too easy, bro. Whatever. Can't help it if I like Karen. Just be you and I know. I'm just saying. Don't get too cozy here. This is a... Rest stop. I know. What do you think Claire and Karen have in common? Their love for pancakes. Auf welcher Art isst du denn bitteschön Pfannkuchen? Hope my crops will make it. Are you fucking kidding me? Is that a new statue? I don't know. That woman is amazing. Had no clue there was a network of seed pirates. Karen takes on some small piece works for a living. Must pay better than poetry. Brody's so good at describing painful situations. Oh, Brody. And seeing the good into it. I miss you too, sis. Hope we can take some new pictures someday. Aww. Feels like 100 degrees in that fucking trailer. 105 degrees out here. I wish Karen didn't tell me she got a rattlesnake out of the toilet last week. That's a ugly idea. That's very ugly. I didn't realize how much I miss Cassidy's voice. Aww. And her songs. Well, hey, I could call her. And... Dude. I'm so glad Jacob and his sister are doing okay. They deserve some peace. Cool shit. USB-Schlüssel? What's for a USB-Schlüssel? Huh. Either Karen was desperate for a job. Or she loved working with kids. There's no one. Let's look at us first on what's for a USB-S. I should have gone through... Hey, Dad. Aww. Layla always knew how to crack me up. Aww. Wait a minute. What can I do with that? What can I do with that flash drive a few weeks ago? Layla always knew how to crack me up. Wow. What's the difference between... I should have gone through that flash drive a few weeks ago? Huh. Egal. Come Karen, tell me what I should do. I should have gone through that flash drive a few weeks ago. I have to admit, I do miss that Pacific Northwest weather. Sometimes. Yeah. I bet. You've been here over a month now. What do you think of our little oasis? Today is gonna be the day that you're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what I'm about to do. This place is like another world. I don't believe that anybody. I don't even know how to describe it. Beans the way I do. Bouncing now. I think you just did. It has a... Unique atmosphere. That's why people come here. From all over the country. For their own reasons. Not perfect, but it works. You are so peaceful out here. Guess that's what everybody's really looking for. Peace. You're probably right. Yes. I still feel like we're really privileged out here. There's bad shit going on in this desert. Yeah. I don't think you can ever really get away from everything. You can't escape reality. Even here. We just live slightly apart from it. Also ich könnte da nicht leben. I couldn't live here for too long. It feels... Is auch zu heiß. Disconnected. Maybe I'm too young. Oh, I understand. It's not a starting point. It's more a place to sit back and... Let's go. Well... Thanks for bringing us here. Oh, Sean. Hmm? I'm glad I was able to help you. By the way, can you grab your brother, so we can all talk? Oh, toll. Is everything okay? Yeah. Yeah, I just thought we could spend this day together. Just the three of us. Hey, brother, two superwolves. We need you at Karen's trailer. Copy? Sure. I mean, 10-4. Why do they always say 10-4? Hola. Hola, compadre. That's how you say hello, kumpel. How about a truck around the canyon today? You in? Totally. Let's pack then. Oh, God. Today is gonna be the day that you're gonna throw it back to you. Also, für manche, die das nicht wissen sollten, Oasis Wonderwall. Wie heißt der Song? Und eigentlich kennt man den und ist ein typischer Panty-Dropper für die meisten. Warum auch immer. Du bist echt ein Arsch, wenn du das auf irgendeiner Party spielst. Mit einer Gitarre in der Hand und einer Locke über dem Gesicht. Oh, you should have camped near that little creek. Oh, so bist nerd. Dann ist okay. Now, you'll need a good night's sleep after all this. And the car is just half a mile down the path. This place makes for a pretty cool bedroom though. Matt, I'm beat. Oh, sorry. Just got one last thing to show you guys. I can't get enough of this place. Come on, Daniel. Can't get enough fuel, okay? Warum macht Daniel hier Hilfe? Es ist so groß und schön. Das hat sie gesagt. Was? Ja. Hey, du hast dich vorgetreten. Dann bloß sie hat auch Fähigkeiten. Nee, das wäre echt assig, wenn sie ihre Fähigkeiten geben würden, weil dann hätte sie zugesehen, wie irgendeiner ihren Sohn verkloppt. Wir kommen hier, um weg von... weg. Ich glaube. Es ist der beste Ort. Lass uns doch mal. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Ungefähr. Das sind so sehr gehörte. Das sind so sehr gehörte. Nach dem... ...Havenpoint. Ich weiß. Diese scheiß religiösen Fanatiker. Das ist der beste Ort, um ein bisschen Zeit für dich zu nehmen. Ich weiß nicht, wie du bist. 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 Wie bist du? Wirklich? Was ist das? Super. Wir werden geschnallt. Natürlich. Wie hast du mein Gras? Lampen oder was ist das? Ja, das sind diese Lampen. Cool. Lass uns den Skogen aufreißen. Okay. Das Schorn wäre sehr praktisch dabei, einen Kernfusionsreaktor herzustellen. Könnte das flüssige Plasma... Das müssen wir erstmal hinkriegen. Das ist ein Geschenk-Fugger. Das sind die Menschen in der Bühne. Das ist ein Geschenk-Fugger. Das ist ein Geschenk-Fugger. Ja, das heißt Abschied von Mami. Auf geht's an die Grenze. Was müssen wir jetzt machen? Die Grenzpatrouille irgendwie übermannen. Über eine Mauer springen und hoffen nicht erschlossen zu werden. Runtergraben. Bei dem Versuch dann ins Labor landen. Ja, das klingt wahrscheinlich. Hallo there. Ja, das ist ein kleines Knopi. Um, are you guys all set up to leave? No. So, we have to leave again. I think... I'm kind of scared. No. Oh. Oh. Huh? Ja. So, sie können mich anstatt von dir. Fairtrade. Mom. Wir gehen in die Kirche dafür, um uns zu helfen. Es ist nicht über mich gerade jetzt. Wir müssen deinen Scheinen nach Puerto Lobos kommen. Ja. Danke schön. So viel, Karen. Ich wusste, was ich gemacht habe, als ich nach Haven Point gekommen bin, für deinen Bruder. Ich fühle mich, es war die richtige Sache zu tun. Und ich fühle mich auch heute. Ich versuche, zu leben mit meinen eigenen Regeln. No matter was. Ich weiß nicht, dass du, du, bist du wie ich. Aber du musst, dich zu bleiben. Das ist dein Leben. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Nobody could ask for a better brother. Or son. Okay. This is the last roundup. Wait, let me say bye to Joanne. All right. I'm gonna go do one last checkup on the truck before you hit it. And don't forget what we talked about. It's your life, Sean. Oz, you should go see David. He has something for you. Okay. Okay. Cool. Cops. Write to Karen. Oh, nice. Die Cops wollen mich platt machen. Ich krieg 130 Dollar von ihr. Hey, Karen. Hey, Karen. I'm better with drawing than writing, but still, here it goes. We're both so different. And I get now. That it's okay. No, you don't. It is what it is. No, it isn't. You wanted freedom more than a family. So never give up on that freedom. Just lay low for a while. We'll try to reach you once we find our own freedom. Until then, take care. Sean. Süß. Okay, dude. Don't forget about David. Okay. Kurz verabschieden und dann geht's los Richtung Borda. Nach Porto Lobos. Okay, old gal. Let's check you out one last time. Hey. Oh. Need any help? Just checking out the levels and cleaning up the filters. Mm-hmm. I didn't know you were such a gearhead. Sean, this is basic car maintenance. And I may not be a pro like your father was, but I got some solid skills. I have to out here. Yeah, sorry. I'm the newbie. I never really got into cars and stuff. Esteban was obsessed with his engines. That doesn't mean you had to be too. Okay. Yeah. He only wanted me to find my own way. Whatever that was. Wish I had more time. Wie geht's in deine Augenhöhle? Hast du die schon wieder gewaschen? And Daniel for exactly who you are. He would be proud that you're going back to his homeland today. I wish he was here with us. It's bullshit that we get to see Puerto Lovos, but he doesn't. I know. But Esteban is still with you, and he always wanted you and Daniel to see where he came from. I don't know anything about Mexico. I don't know anything about Mexico. It's scary. Sean. You're carrying the weight of two people on your shoulders now. It's okay to be nervous. I'm just tired of running. Of causing trouble everywhere we go. Daniel's power is overwhelming, and we don't know where it comes from. But you do know your brother. You'll be there for each other. I just want to get this shit over with, so we can start over, if we can. Your brother sure isn't a little kid anymore. He had to grow up too fast. He wants to be equals. And you guys are going to have to work together. He may even help you make it. Maybe you're right. You'll figure it out, like you always do. Okay. Better get back to my tune up. Hey, don't forget to see David. Hey, yeah. He's going to be with David. Why should I talk about him? I mean, I can't talk about him, but why not with David? David. David. Kleiner David. Sean. Hey. Aaron said you wanted to see me. Yeah, but go grab that police scanner inside first. I gotta put these new plates on the car. Sure. Come on. Okay, I'll join you when I'm done. Was? Was hat er gerade gesagt? Er... Sag bloß, das Land hier ist immer noch nicht wirklich im... außerhalb des Gesetzes. Das kann er wohl nicht sein. Okay. Wie funktioniert das Ding? Benutzen? Uh, okay. We gotta search between 140 and 160. You're having a lovely morning on strength or test? Don't think so. Keep scanning. Testing. This place has too many adults. But I'm gonna miss it. The good times. That's got it. Testing. One, two, three. One, two, three. Was wahrscheinlich drüber sein. Warte mal. Oh, hier. Ich bin nicht über 150 gegangen, kein Wunder. Danke, David. Du großartig rebel. Du großartig rebel. Du großartig rebel. Jetzt. Du musst auf die Hauptbahnhof und durch den Schrauben gehen. Aber die Karren muss gut sein. Du hast alles? Natürlich. Ich glaube so. Sean, du musst wissen. Die Polizei ist auf deinen Schein. Du hast nur eine Chance hier. Naja, sehr unwahrscheinlich. Selbst wenn ihr im Gefängnis landet mit dem Kleinen, der Kleine wird sich befreien können. Problemlos. Er konnte diesen riesigen Stamm oder Wurzel aus dem Wasser ziehen. Also der kann locker die Eisenstäbe verbiegen, so wie das aussieht. Die Schrauben sterben schwer. Und ja, ich war wunderschön, als die Karren mit euch zusammengekommen. Aber nachdem du und deinen kleinen Bruder zu sehen, glaube ich, ich verstehe, was du durchgehst. Nein, du nicht. Das ist verfickt nochmal. David! Jesus! Ah! Ah! Das ist David! Ach so! Oh! 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 Die Dreh CAT sind und der hat ziemlich viel Probleme gemacht, aber auch sehr viel geholfen. Zumindest eine große, gute Tat gemacht und den Rest hauptsächlich scheiße. Und meine Fresse, den habe ich gar nicht wiedererkannt. Wie denn auch? Der sieht scheiße aus! Äh, krass. Okay. Okay, wow. Der ist jetzt irgendwie hier gelandet, wie auch immer das passiert ist. Krass. Got them right. I stayed here for a while. It felt good to connect with my daughter at last. You guys remind me of them, in a way. I don't want to fuck thing up this time. Chan, I'm gonna do everything I can to help you get out of here. Das ist meine Aufgabe, aber ich möchte mit dir direkt mit dir, okay? Ja, natürlich. Ich weiß, dass du dich getrennt hast. Aber du denkst, dass niemand will ever believe dich. Aber die Wahrheit ist auf deinem Seite. Du und Daniel kannst du einfach nur wegschrauben. Ja, das ist das, wie du dich in 10 Jahren gesehen hast? Wenn du aufstehen und die Wahrheit hast, kannst du frei sein. Lebhafter als später. Wir sind zu weit entfernt. Wir wollen nur ein neues Leben. Das ist es. I understand. I do. I'm trying to be the adult. You're too young to be dealing with all this. And Daniel is growing up fast. Too fast. That's what I'm worried about. You made it here. So... Oh, God. Die Sonne im Spiel macht mich sogar noch warm. Ich hasse es. Ich hätte das Spiel echt im Winter anfangen sollen. Oh. Sorry. I really have to take this. Ich spüre die Hitze. Hey, sweetie. What's up? Cool. David. David. Ich mochte David zwar selber nicht so wirklich. Bis zum Schluss von dem Spiel. Aber meine Fresse. Hätte ich nicht gedacht, dass der jetzt hier nochmal vorkommt. Mir wäre es lieber, dass die Protagonisten vorgekommen wären. Aber die sind leider nicht da. Bei denen muss ich mich jetzt nicht großartig verabschieden. Das ist mir egal. Nein, tun wir nicht. Ja, okay. Ich verabschiede mich noch kurz bei denen. Bisschen Adischkeit gehört ja auch noch dazu. I can't buy to say adios. Wir... taking off today. No, you're not. Really? Ah! Yeah. Just... time to go. Well, shit. Wish you and Daniel could stay longer. Sean, I won't drag this down and get bitter. Besides, you and Daniel will be back to visit, right? Nein. Na klar, versuchen tun wir es bestimmt. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich weiß, dass ihr beide ein tolles Leben in Mexiko habt. Ihr besser. Wir... Wir werden es tun. Hier geht's. Ich bin froh. Ich werde euch alle lieben. Take care. You here? Or watch out for Daniel. He needs you. Be safe. And send us a postcard to the beach. Oh. Süß. Ich gehe kurz noch bei der Künstlerin verabschieden. Ich weiß nicht. Komm. Und dann geht die Action los. Hey. What's going on? Hmm. I'm taking a look at this baby with hindsight. So. What do you think? Looks very cool. Oh. I can totally tell what you're doing. Oh. That makes one of us. But I like it. Of course. You. Daniel. Did inspire me. I love it. So. You guys leaving now? Yeah. Just wanted to say goodbye. That's sweet. You're so sweet. Your brother is so sweet. Having you boys around was the sweetest thing. Okay. Süß. Diabetes. Habe verstanden. This is for all your help. Really? Wow. That's great. Uh. Do I get anything? Your name is on a way bigger sculpture. For everyone to see. That's true. I didn't think about that. Your brother needed a little something to remind him of the artist inside. Wicked. Wicked. You wicked. Okay. One big hug. And get out of here before we all start crying like babies. Thank you. Joanne. For everything. Just please take care of yourself. And my special apprentice. No worries. We always do. Hey. Is it okay if I hang out a bit, London? If it's okay with her. Oh. Are you kidding? I need more help. So long Sean. Don't be a stranger. Stranger. Stranger zone. I'll miss you so much. Joanne. I know sweetie. I'll miss you too. Okay. Ab to Karen. Gehen wir mal über die Grenze. Was wird da schon schief gehen können? Meine Güte. Daniel, do you copy? It's time to wrap it up. Be right there. Over. So. Did you get to say goodbye to away? Yeah. Kinda sad. I know. Are we leaving yet? We have to and I know. Come here. Mom. I. I'm gonna miss you. I'll miss you too Danny. It was amazing to spend this time with you. I'm so damn proud of you both. And what you're gonna do with your life. Mhm. And if you ever need me. I'm just around the corner. Okay Mom. Thank you. Tschüss. Warum sehen dir das alles so aus, als würden sie gleich weinen? Well. Sean. This is it. Was soll ich jetzt entscheiden? Ach komm. Eine Umarmung heißt ja noch lange nicht, dass man einen liebt. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich liebst, Son. Vielleicht. Lass uns die Straße aufhören. Ich hätte nie gedacht, dass David der David ist. Ich hätte nie gedacht, dass David der David ist. Ich hätte nie gedacht, dass David der David ist. Hit the road, Jack. Don't you come back. No more, no more, no more, no more, no more. Take care, boys. You can do it. Stay safe. This hurts. Also für mich wäre es sinnvoller, wenn dir jemand da hinfährt. Bye everybody. Aber gut. Machen sie sich halt mit strafbar und das wollen sie nicht. Unverständlicherweise. Alright. Raus aus dem Künstlerparadies. Ab an die Grenze. Lass uns mal die Grenzen testen. Glocke. Ich versuche das nicht sogar mit Schoen. Das ist für einen Schoen. Das ist für mich. Un Hey, is something wrong? We're almost there, okay? That's the last time I have to say that. I don't care about that. So, what's the problem? What? What are we going to do in Puerto Lobos? We don't know anybody. We're like strangers. How long can we live there? As long as we want. We have a house there. That's what Dad wanted, Inanna. So, what are we going to do for money and stuff? Er kriegt sich nicht. Er holt sich natürlich einen Job. Was sonst? Ich will einen Job, Mann. Ich will nicht mehr arbeiten. Du kannst wahrscheinlich nach Schule gehen. Dude, ich kann nicht sogar Spanisch sprechen. Wie kann ich Freunde machen oder... Ich kann nichts machen, wenn ich nicht sprechen kann. Was soll er lernen? Was soll er? Ich will teach you man! You think so? That's cool. You fit in everywhere we go. And we'll get to hang out too. Ummm... Well that sounds okay. I guess. Daniel... I get scared too you know. We'll be... We'll be fine. No we won't. Okay. I trust you. No you don't. We'll be fine. 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 Ah... Er lässt ihn mit den Kräften steuern. Jesus, take the wheel! And now? What should I do with that? Pff... Nah... Nah... Auf der Straße kannst du auch auf beiden Spuren fahren. Das interessiert keine Sau. Oh... Ja, Captain. Das... Sie entscheiden sich doch zurück zu gehen. Und Trump hat geholfen. Vielleicht. Ein bisschen. Ist das Ding... Ist das Ding einfach mal im Busch drin? Ist das Ding einfach mal im Busch drin? Ist das Ding einfach mal im Busch drin? Oh no... Sean! This shit lasts until Puerto Lobos. Unless our car breaks down in the desert. Hey... Sean... Why would they build this? Well... You know... It's a border, man. Is... There a wall like this? Up north? No... Not really. So... Why did they build one here? I don't know, Daniel. I don't know. Warum wohl? That sucks. I don't know. I don't know. I don't know. Oh my god. Kann ich die Wand niederschlagen? Oh my god. Das wäre richtig geil. Das ist das Opposite von Seattle. Mach das Ding kaputt. Alter, mach das Ding kaputt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jesus Christ. Das ist geil. So... Here we are, Daniel. The end of the road. Finally. Let's get out of here. Yeah. Take it easy. Was da überhaupt keiner ist? Aber gut, das sind ja auch ewige Kilometer. Du kannst es tun. Das ist schwer. Es wird bestimmt überall an dem Zaun ankommen. Ich meine... ...harte Materialien... ...materialien... ...leiten besser. Ich kann nicht... Es ist okay. Take your time. Bleib... ...fokussed. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Ich bin mit dir, Daniel. Boah, krass. Geile Darstellung. Geiler Scheiß. Musik ... einfach schreit. Wir haben es geschafft! Wir haben diese Scheiße abgemacht. Ja! ... ein riesen Bösewicht werden. Aber gut. Es ist alles zu dir. Es ist irgendwie nicht unsterblich. Du hast das schwerste Teil. Danke, dass du mich hier runtergenommen hast, Sean. Nein. Wir haben es zusammen gemacht, Mann. Komm her. Let's gehen zurück zum Auto. Daniel, du hast mich nur in Probleme gebracht. Nur, dass du es weißt, Daniel. Du bist der Grund für meine Probleme überhaupt. Wegen dir ist der Polizist gestorben. Das wäre cool, wenn wir einfach zum Meer gehen können. Es wäre so... Daniel. Daniel! Daniel, sprich mit mir! Ich habe nichts gesagt. Daniel, sprich mit mir! War nur ein Streifschuss. Jetzt beruhig dich. Oh, nein. Nein, nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Daniel! Warum schießen sie auch zuerst, als das kleine Kind? Hey! Wer bist du? Yep. So what's the plan, huh? I bet there's a dozen more coming through, right? No! We're leaving! Going to Mexico, I swear! Wait, wait. You're trying to break into Mexico. That's fucking funny. Who are you? You're not border agents. We're citizens. We serve our country. Uh, super. Yeah, this looks like no one's coming. Anyway, don't waste your energy. I bet the border patrol has a big plan for you, mister. Madison, come on! We have to deal with this kid. Stop bleeding. Don't touch him! Get off! And that's the border control. Yeah, don't move! Ugh! What? Where the fuck? Get it off! Stop! Get it off! Stop! 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 Jesus! What the fuck is going on? Where is Spencer? He's off duty today. Why? Listen, uh, we have a deal. He knows. Yeah, I heard about this crap. Not happening anymore. Come on, Maddie. Do what the officer says. Fuck! How old is he? He's alright, officer. Don't worry. Shut it! You're both coming with me to the station. What? Are you kidding? What? They're illegal! Fuck sake! What I said! Uh... Uh... Up... Up. Up. Uh... Take a breath. You okay now? Ah... Daniel! Oh Mann, ey. You're under arrest. Sie hätten es gerade so schaffen können, wenn da nicht diese Vollidioten gewesen wären, diese dämlichen Hillbillies. Und jetzt kommt das Laborszenario. Oder nicht? Gut, vielleicht nicht. Weil noch wissen sie ja gar nichts von der Kraft. Da sind sie sich zumindest nicht sicher. Problem ist, die Kamera hat eindeutig erfasst, dass da irgendeine Art Gravitationswelle gekommen ist, irgendeine Art von Kraft. Ob das jetzt eine Rakete war, die alles weggesprengt hat oder nicht, das weiß man nicht. Scheißsituation. Aber, ja, was sollen wir machen? Schau nicht an mich. Ist das gut? Ja. Ich bin Diego. Ich bin Carla. Ich bin Carla. Und diese Frigolose hier ist... ist Angel. Oh, Angela. Ich bin Sean. Ich bin Sean. Wie fühlst du dich, Hijo? Haben Sie einen Kind von 10 Jahren gesehen? Er ist mein Freund. Wir sind uns entfernt. Cerca des Mauer. Er ist verletzt. Er ist verletzt. Er hat ihn an die Krankenhäuser. Wenn es危险, eine ambulanzinie hätte kommen, hat ihn schon wieder zu suchen. Wenn er hier ist, bedeutet, dass er gut ist. Okay, immerhin tun sie den Kindern nichts. Meine Fressen, ich muss mein Spanisch echt wieder aufbessern. Deutlich aufbessern. Ich hoffe, dass Campbell fast fertig ist mit dem Spanisch. Dann sind wir weg und nicht zurückkommen. Oh, dieses Ort ist verdammt gross. Do you know how long they're going to leave us here? No. This is the first time they're trying to cross. I remember our first time. We almost died in the desert. I remember our first time they're going to leave us here. Viva Ritz, was he said to her? Hace a year and a half, the president was another. But the problems of our side of the border were the same. It's the third time we're trying to cross the border. Why do they need to cross so desperately? Por las mismas razones que todos. No pudimos soportar la inseguridad ni la miseria. En México, la violencia tiene muchas formas. No se puede vivir así. Cuando mi hermano fue secuestrado y asesinado por una pandilla, nos fuimos. Si hubiésemos pedido quedarnos, nos habríamos quedado en nuestro pueblo. Pero queremos darle una vida, una vida mejor a nuestro hijo o hija. Es lo que hizo mi papá. Se fue de México cuando murieron sus padres para ganarse la vida. Pero yo sé que extrañaba a su pueblo natal. Por supuesto. Pero seguro que tuvo sus razones para irse. Como nosotros. No quiero desanimarte, amigo. Pero lo de México no va a ser fácil para ustedes. Es un país magnífico. Y me cuesta muchísimo dejarlo, pero allá va a ser muy complicado cumplir tus sueños. Ya no tengo sueños aquí. Sean, has vivido en este país toda tu vida con un padre mexicano. Y ahora los tiempos han cambiado. ¿Cómo crees que va a ser todo en el futuro? Lo de México no va a ser todo en el futuro. Eso es mucho nuevo que pasa. Los tiempos cambian, pero la gente también. En el camino... Encontré muchos aliados. Ojalá haya menos personas intolerantes en el futuro. Ojalá. Cuando eres extranjero, tienes que trabajar aún más duro para arreglarte más. Así funciona. Oh, mierda. Enough now. It's America. We speak English. We're just talking. No, the problem is you people breaking into my country. We come here to work. No, not steal. Or live at your home. Diego. No, I am so fucking tired. You only come here to cause trouble. And we have to pay for your welfare. You all want a free ride. And that makes me sick. I should pause in such a situation. A honest job in the ability to raise our child in a safe country. That's all we're looking for. That's what you people always say. But the facts... It's because of themselves. You're facts are just bigotry and hatred. Yeah. Yeah, I hate what you did to my country. Our borders. We have a right to protect our sovereign nation. And we will. Damn right, baby girl. You hunt us like... 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 Like animals. I don't think I have a choice. I want the safest country for my children. See? You love your family like us. We don't go walking hundreds of miles in the desert and risking everything for no reason. We do it for our child. A mother must understand. Now you and your unborn parasite have nothing in common with me and my family. What? Maddie. What you say? Oh, see? There you go. Take it easy. Take it easy. You're right, love. It's not worth it. Whether you people lack it or not, we're not gonna give you a break. You're in jail too, loser. Also, wenn ich die Möglichkeit kriege, mich zu rächen auf irgendeine gute Art, dann werde ich's tun. So was kann ich überhaupt nicht ab. Why are we stuck down here with them? You know us. We're helping you, goddammit! Hey, you have the right to remain silent. So fucking use it, okay? All right. Diaz, you're up. How's my brother? Don't worry about him. Now turn around. Hands behind your back. Okay, let's move it. Puh. War doch klar, dass die geschnappt werden. Aber Mexiko ist sowieso nicht die beste Wahl. Wenn man genau drüber nachdenkt. Aber die haben ja keine andere Möglichkeit. Egal, was soll's. All right. Sit down. Cool. Where's my brother? He's doing fine for a kid who got grazed by a bullet. Lost some blood. Detroit become human, Flashback. He's tough. They're taking care of me. The rest level 99%. You want coffee? Okay. Good. Be right back. Da ist Daniel hinter der Tür. Und er macht... Fuck. Oh shit. Is it morning already? I hope he's alright. No, I got a question. Don't you know that dangerous thing? He's fucking kaputt. How am I gonna get myself out of this mess? Why do you care? Great. Now I can put on a fucking show. No point in getting these off. There are cops everywhere. Eh, bun. Good job, then. You went to jail in the state. This will be a great one. I'm so tired of all this shit. When will we get a break? You know what I'm saying? Why am I in here? Hey! Hey! Let me out of here! I'm not illegal! I'm a sovereign citizen! Open up! Hey! Hey! What are you battling about now? Do you ever just... Not yell... Not yell... It's been a long fucking night. We're all sick of your shit. If I have to go back here again... You're going to solitary. Got it? Who's the wizard? There you go. Looks... Like you need it. Thanks. Alright. Let's see. Hey... Hmm... Hmm... Okay... Hmm... Hmm... Damn... Seriously? Yeah. Coffee is going to make me feel so much better. Noch mehr Kaffee! At least it'll keep me up. Solange der noch nichts zu sagen hat. Kaffee, 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 Kaffee. Kaffee, 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 K Eine religiöse Kommune in Nevada. Oh, which ends up burnt to the ground, and we're not even halfway down the list. One of those things you could get away with, but not all that. It sounds crazy, but I can explain. Explain it to Agent Flores. She's on her way now. She spoke to your mother, who took responsibility for the church fire. She says a lot. Who cares? You don't have any proof. Don't drag her into this, okay? She's a good person. Hey, it's not up to me, kid. Listen, I feel sorry for you. I really do. But denying what you did will only make things worse. Also technisch gesehen war es die Polizei, die so dämlich war und auf den Vater schießt. All I did was try to survive. Yeah, I guess you did. You know, I read the report. You claim that Officer Matthews' death was an accident. So why didn't you wait for the police? I panicked. Okay? Then it was too late. We were already criminals. Well, it's no reason to make things worse by running away, kid. Good news is your brother's too young to be prosecuted. He'll end up with your grandparents. If they want him. Okay, immerhin das. But you're facing a shitload of years between bars. At least he'll get a life. Wenn er nicht gerade dabei wäre, einen zu retten. Uh, what I don't get is how two kids can destroy so much stuff. I mean, anywhere you went, something blew up. Seriously? How? Those were just random accidents. Yeah, it's crazy, but it just happens around us. Can't explain it. Uh-huh. Listen. Once is an accident. Twice is luck. Three times is enemy action. Whoa! What is that? Sir? I don't think you should... Keep your ass in that seat. He's fucking up! Sean! Are you okay? How do you feel? I-I'm okay. Just... a little headache. Hold on. Dude, you gotta go! Is he okay? I-I wanted to rescue you, but I-I had to use my power. I didn't want to hurt him. He's okay. Don't worry. Okay, I'm gonna do it. Hey! 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 This is bullshit! Ron, we gotta go! Get us out of here! No, it's Carla. I'm here. Sean! Who are these people? Shall we try to make peace with these morons? Well... Carla and Diego... They came all the way from Mexico. Thank God. They're only in jail for it. As for... The others. They're the ones who try to shoot you. What? They got locked up? Good. I'll go to hell. Darum. They are the ones who try to come. Daniel. Who are you? Thanks. A lot of thanks. Eu Asia, until I drink this out. Of course. was wäre take revenge was wäre take revenge also ich lasse auf keinen fall frei aber lohnt es sich Rache zu nehmen war es halt welche form der Rache die eine auf jeden fall gegen das Gitter klauen klacken klatschen wäre schon auf jeden fall mal was was ich okay fände ich will dem kleinen nicht beibringen dass er sich rächen darf Rache ist niemals die Antwort also eine kleine Rache vielleicht ein bisschen an die Stäbe pinkeln oder sowas das wäre witzig also okay hands up shit oh oh hands up do not move wait sean stay back daniel let me think sean what do i do quick okay so sind sie schon mal nicht gedötet nice Nice. Don't move. I'll be right back. Nice. Okay, but be quick. Rifle, walkie-talkie. I don't care about that shit. Yeah, we got other stuff. That's the end. That's Bale, motherfucker. That's Bale. We would be so dead if we didn't have Daniel's power. I hate that. Das Tolle ist, eigentlich würde Daniel locker rauskommen. Take it out, Daniel. Aber Sean ist da dran. Die Sicherheitskameras... Okay, go, go! Let's roll, Daniel. Hurry, Sean! Drive! Vielleicht, weil du alle platt gemacht hast? Emergency. Visit all points bulletin for every unit in the area. Multiple prisoners. Two adults. And two teenagers. Have escaped from the L-Ray police station. They are considered armed and dangerous. Repeat. Super. Are... We're still going to Mexico? Yeah. We got nowhere else to go. Na, eigentlich hast nur du nicht, woanders hinzugehen. Daniel könnte ohne Probleme bei seinen Großeltern leben. Sean. It's the 4th of July. Our... First one without dad. Oh... You're right. Remember how he was sowing the firewoods every year? He always made us go too early, so we could get a good spot. I know. Zeus. He's so corny. He said he was proud to live in this country. Oh man ey. Geht ihr jetzt an den selben Ort zurück, wo ihr schon kaputt gemacht habt, oder? Shit. Was zur Hölle war das denn jetzt gerade? Warum fahrt ihr dann da weiter hin? Warum fahrt ihr da überhaupt hin? Sean. Sean. It's over. Don't make this worse. It's out of the way. Warum seid ihr da jetzt hingefahren? Ja. With your hands, above your hands, do exactly what I say. Tja, ich glaube das wars. You know that day? In Seattle. The day dad was shot. I think about it every day. And I would give anything. To change what happened. But I can't. I'm sorry for my mistakes. I tried my best. I swear. Sean. I'm so proud of you and I know. Just like dad would be. We both learned a lot together. But you can make your own rules now. If we surrender, they will separate us, Daniel. And if that happens, promise me that you will always do the right thing, okay? Don't waste your power. Be smart like you already are. I don't want to be separated. Hear me out. Please. Don't make any more mistakes. Whatever happens, always remember that you're Daniel Diaz. I promise you'll know this is not a trap. I believe it's not a trap. I believe it's not a trap. I believe it's not a trap. Come on. There's no way out. This is our last warning. Let it out. How does the story of the Wolf Brothers end? Step out of the car. Now. Aha. Ich wusste es. Fuck. Ähm. Okay. Also, wenn ich jetzt richtig scheiße wäre, als Bruder, der seinem kleinen Bruder wirklich Probleme macht dadurch, würde ich sagen, benutzt die Kräfte, geht durch über die Grenze, zusammen, und dann kann man da ein neues Leben anfangen. Ähm. Als guter großer Bruder würde ich sagen, aufgeben. Aufgeben. Jetzt ist vorbei. Aber das Problem ist, ich habe doch schon die ganze Zeit nicht aufgegeben. Warum soll ich dann jetzt aufgeben? Das macht auch gar keinen Sinn. Ich hätte die ganze Zeit schon sagen können, hey, ich gehe zur Polizei, ich lasse mich einbuchten, dann hätte ich viele Probleme nicht mehr. Ich will mal sehen, ob mein Bruder dabei stirbt oder verletzt wird. Hoffentlich nicht. Persönlich sage ich, wir gehen da jetzt zusammen durch. Ich glaube, es ist eine dämliche Entscheidung, aber... Was? Bist du sicher? Vertraue mir, okay? Just... get us through. Hold on tight. Okay. Oh, ho, 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 das wird von der F***! Ich will nicht! Ich bin nicht zuhörter jemanden! Sean! Over fire! Es ist zu late! Sie sind uns schreit, Daniel! Das ist der einzige Weg! Das ist der einzige Weg! Das ist der einzige Weg! Ich bin sorry, Sean, aber ich muss gehen. Was? 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 Wie kommt er jetzt darauf, dass er einfach da bleiben sollte? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Sean kommt durch, Daniel kann nicht. Aber das Problem ist, die haben jetzt alle gesehen, was für Wunder er vollbringt. Und ich gehe stark davon aus, dass er dann im Labor landet. Toll! Wieso ist er jetzt rausgesprungen? Wieso ist er jetzt rausgesprungen? Gut, er lebt bei seinen Großeltern jetzt. Hat da keine Probleme mehr. Hm. 2017. Oh. Bin ich so lange vor mir hergeschoben? Oh. Oh. Noch ein Hündchen. er spielt zusammen mit Chris also er nutzt seine Kräfte fürs Gute, das ist schon mal gut kann anscheinend mit seiner Mutter hin und wieder zusammen sein, ist das doch seine Mutter oder nicht? krass ok ok da ist er 16 das ist in den USA glaube ich das Alter in dem man begleitet fahren darf oder sowas ach krass 6 Jahre nach den Events an der Bordel wieder bei den Großeltern das Ende hätte ich nicht erwartet, macht für mich irgendwie keinen Sinn warum Daniel sich da abstürzt ab, also erst sagt er er möchte nicht getrennt werden, jetzt trennt er sich selber und dann fahren sie doch das macht irgendwie keinen Sinn oh ey, er ist jetzt 16 er spricht wahrscheinlich mit seinem Bruder öfter dass die noch am Leben sind, nein hä hat er irgendeinen Scheiß angestellt oder ist er weh, ah ne dann ist er doch in irgendeinem Laborexperiment Scheiß dabei oder hat irgendwas Kriminales angefangen, aber das bezweifle ich mal stark dann haben sie doch noch Kontakt und sie reden miteinander wieder, das ist schön von Mexico ach hat Lila sie mal besucht oder was oder ist es Cassidy ey, das war doch Cassidy cool Kräfte hat er nicht verloren, ist auch schon mal gut zu wissen hä dass in den 6 Jahren keiner auf die Schliche gekommen ist und die haben die an der Grenze haben doch gesehen was passiert ist, das kann ja nicht irgendwelchen Sprengstoff Vorrichtungen sein, die aber wahrscheinlich macht sich der Verstand da irgendein das ist echt seltsam macht sich der Verstand da irgendwelche Connections oder was sollen wir da jetzt interpretieren sowas wie, oh sowas kann ja gar nicht real sein also muss es eine sinnvolle Erklärung geben die nicht damit zu tun hat, dass der Junge gerade mit seinen Bewegungen alles bewegt hat egal zerstört vielleicht gerade dieses Szenario, diesen Moment aber meine Fresse, das ist nicht so ganz zufriedenstellend muss man schon sagen The Wolf Brothers süß ha und jetzt ok, seriously, also im Grunde hätte die ganze Zeit Daniel nicht dabei sein müssen dann hätte Sean nicht so einen Scheiß gemacht vielleicht oder vielleicht hätte er so einen Scheiß gemacht und es hätte keinen interessiert das ist überhaupt ich verstehe es also gar nicht mehr was zur Hölle warum hat Dennis sich jetzt abgesprungen? weil er gemerkt hat, er hat in Mexiko nichts verloren oder weil er wusste, dass er in den USA keine Probleme kriegt oder gibt es dafür eine logische Erklärung? erst lächelt er er steigt drauf ein er bewegt alle zur Seite und fährt mit ihm fast durch aber springt vorher ab warum? ich meine, man kann nur interpretieren aber das ist irgendwie weit hergeholt warum kriege ich immer Anrufe wer am Ende des Spiels oder mitten im Spiel ok ich mach mal die Musik aus so gucken wir mal an, was wir alles falsch machen konnten eigentlich hätten wir aufgeben sollen ok claims ah was ich gesagt ja und gesagt father chlor Daniel Ann, you hugged Karin, you intervened to calm Diego in the cells, you freed the Mexican couple, you didn't ask Daniel to free the vigilantes, you didn't hurt the vigilantes, you didn't ask Daniel to kill the office to escape the police station, Daniel was towed off by the scorpion and stopped messing with it, Daniel managed to set up Joan's sculpture with your help, Daniel was concerned about hurting officer Campbell, Daniel wasn't asked to free the vigilantes, Daniel didn't have to lash out the vigilantes, Daniel knocked out the officers, Daniel wasn't asked to kill the officers, ja, das ist richtig, okay, gibt es immer noch eine Abschlussszene, die uns hier vielleicht noch was aushilft, Sieht nach Nein aus. Okay, nice. Dudes, ähm, Dudes und Judessen, Life is Strange 2 ist durch und, äh, ähm, ich bin nicht schlauer als zuvor. Warum hat, warum, warum ist Daniel jetzt runtergegangen? Und da ist sein Vater wieder. Hm. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, äh, war es ein sehr interessantes Abenteuer. Und, äh, ich hoffe, vielleicht tue ich mir das Spiel noch irgendwann mal an. Wenn ich's vergleichen müsste, würde ich sagen, das sind zwei verschiedene Arten von Spielen, aber Life is Strange 1 hat ein bisschen mehr, mh, Tiefe, möchte ich sagen. Oder ist, äh, auf irgendeine Art, ja, interessanter gestaltet, kann ich gar nicht anders behaupten. Life is Strange 2 zeigt halt viele Probleme in der Gesellschaft, mit Gender, Religion, Rassismus, Politik, alles Mögliche ist ja dabei. Und, äh, es ist, es greift es ordentlich auf. Nur das Ende verstehe ich einfach nicht. Ich glaube, ich, hätte ich das andere gewählt, dann wäre es irgendwie sinnvoller gewesen. Kann ich jetzt auch nicht großartig ändern, oder? Kann ich's nochmal ändern? Ja. Nee, geh nicht. Egal. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch einen schönen Abend, und, äh, bis zum nächsten Mal bei The Kyo Show. Ich hab keine Ahnung, was wir jetzt nächste Spiele, vermutlich The Witcher 3, oder irgendwas anderes. Mal sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.